Sie kennen das sicher auch. So ein Wochenplan bleibt nicht lange so schön aufgeräumt. Pausen verschwinden und To-Dos vermehren sich wie von selbst. Das Wichtigste, was Sie haben, ist Ihre Zeit. Verschleudern Sie sie nicht, sondern seien Sie sparsam damit. Im Berufsleben gibt es drei Ebenen von Zielen. Aber haben Sie Ihre Ziele eigentlich so genau vor Augen? Nehmen Sie sich mal den Moment und notieren Sie sie hier. Ich komme sicher auf keinen grünen Zweig, weil ich, sagen wir mal, eine Messeplanung, die Quartalsdokumentation und die Vorbereitung eines Kundentermins gleichzeitig anpacke und überall anfange. Dann teilt die Aufgaben in vier Quadranten ein. Zuerst unterscheidet man die Aufgaben in wichtig und weniger wichtig. Je besser etwas zu Ihren Zielen passt, desto wichtiger ist es. Ich habe Ihnen zur Übung ein paar Beispielaufgaben zusammengestellt. Legen Sie die jeweils in den passenden Quadranten. Damit haben wir sinnvolle Termine, bei denen wir Inhalt und Dauer beachtet haben. Jetzt kann ich sie sozusagen in meinen Tag schieben. Nehmen Sie sich die Zeit, um Ihre Arbeitsplanung zu optimieren. Es wird sich lohnen.